Du, wo ist eigentlich irgendwen? Da ist noch Bier holen. Bier holen? Hör mal, brauchst du Hilfe? Nein, ich krieg das hin. Du kriegst das hin? Okay. Du, dann geh schon mal rüber, ne? Ubi! Ready, close up forward. Forward, forward, forward. Let me take a shot. Hey guys! Papa? Warum muss denn das Fahrrad hier rumstehen? Ich wollte dir nur tschüss sagen. Entschuldige. Aber ich hab mich erschrocken. Immer musst du weg. Ja, aber später feiern wir dein Geburtstag. Das hast du letztes Jahr auch schon gesagt. Ja, ich weiß. Aber diesmal komm ich wirklich rechtzeitig. Versprochen? Versprochen. Dein Jahrhund. Erich. Ja, ich weiß. Der sei. Das hat er gesagt. Das hat er gesagt. Der Tag.